Hallo zu meinem Video, heute werde ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach euer eigenes Seifenblasenwasser herstellen könnt. Zuerst nehmt ihr ein Viertel, ein halbes Liter Glas und gießt es in eine Schale. Dann nehmt ihr einfach etwas Duschgel und gebt davon ca. 5 Löffel hinein. 1, 2, 3, 4, 5. Ich nehme kein Spülmittel, weil das kein Glycerin enthält und Glycerin macht die Seifenblasen besser. Das heißt, sie platzen nicht zu schnell. Das Ganze einfach gut verrühren. Und jetzt einfach ausprobieren. Funktioniert. Funktioniert. Funktioniert.